Morgen spiele ich mit Luca gegen meinen alten Verein. Luca hat letztes Jahr auch mit mir in Leverkusen gespielt und jetzt spielen wir beide in Gießen. Wir hoffen natürlich auf ein gutes Spiel und spielen nicht im Heimtrikot, sondern im Auswärtstrikot. Wir sind natürlich ein bisschen aufgeregt, aber hoffen auf ein gutes Spiel. Leverkusen darf man nicht unterschätzen, auch wenn sie zur Zeit letzter in der Tabelle sind.